Vorhin habt ihr den Fatinitsa-Marsch gesehen und wahrscheinlich haben einige von euch den, eigentlich den Karnevalsmarsch vermisst, der uns schon jahrelang begleitet. Doch ihr braucht wirklich keine Angst zu haben, euch braucht nicht zu Hause zu werden, denn diesen besonderen Marsch haben wir für euch jetzt noch aufgehoben. Und präsentiert wird er von einer Truppe, die mit diesem Tanz ihre Ambitionen auf den Titel im Synchron-Tanzen eigentlich schon jetzt unterstreichen möchte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn ich euch, wenn ich euch einen kleinen Insider-Tipp geben darf, Sie sind alle noch zu haben, weil Sie wie Duden vom Blasen keine Ahnung haben. Und nun würde ich sagen, feiern wir Sie noch einmal mit einem Dreifach-Donner. Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch für unsere Hübschesten. Ja, liebe Freunde, ich musste gestern schon über diese Damen oder Herren lachen. So innerlich musste ich in mich hineinschmunzeln, weil Sie geben vor, Sie hätten die Figur eines griechischen Gottes. Doch ich habe das heute wieder gesehen. Ihre Figur gleicht eher der eines griechischen Wirtes. Aber, liebe Freunde, nichtsdestotrotz im Protokoll steht nun informative Unterhaltung. Also, passt ganz genau auf, ihr könnt jetzt eine ganze Menge lernen und begrüßt mit mir einen der bekanntesten Fernsehmotoratoren des deutschen Fernsehens. Begrüßt mit mir Thomas Lapschalk! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Watchtorn, der heißesten Tornshow seit der aktuellen Kamera. Sie wissen ja, wie das bei uns so läuft. Wir sind lauter als jener Notruf, heißer als der heißeste Stuhl und älter als Jurassic Park. Womit wir beim Thema Film sind und bei meinem ersten Talk-Gast. Ursprünglich hatten wir Mutter Teresa eingeladen. Natürlich nicht die Mutter Teresa, die ihr entsinkt, sondern Mutter Teresa Pornowski. Wuuuuh! Ich sehe, einige von euch kennen sie. Aber leider konnte sie nicht filmen. Sie arbeiten gerade an ihrem neuesten Film, Die Weiße Flut. Aber stattdessen direkt aus den russischen Moosfilmstudios. Ein Fan der russisch-orthodoxen Küche. Mit seinem neuesten Film gereizt. Hier ist Genosse Konstantin Kalaschnikow. Wuuu! Wuuu! Untertitelung. BR 2018 Stopp! Sexistischer als das Wort zum Sonntag und teurer als die Mineralhilfsteuer. Stopp! Wie steht sich zu dieser Aussage? Stopp! Liebe Freunde, damit Sie sich selber mal ein kleines Bild von diesen filmischen Klängermessen machen können, hier ein ganz kurzer Klaus steht. Sag mal, es wird nachgeregnet. Sie ist so weit, du Glöckner! Gereizt! Der Neufilm von Jacques Bubu. Karl Schmitt, nichts Herztes. Nur eine leichte Erkältung. Was? Und das ist jetzt hier drei Stunden rum! Gereizt! Morgen, Schatzi! Gereizt! Der Neufilm von Jacques Bubu. Nun, Kamerad Kalaschnikow, das war doch ganz schön zum Kotzen, oder? Stopp! Aber sagen Sie, finden Sie über 7000 Tote? In nur 90 Minuten fehlen nicht ein ganz klein wenig zu vieles Kunden. Jetzt! Ich meine, wollen Sie hier nicht bei der Aussage eine Stellungnahme dazu beziehen? Stopp! Na, dann danke ich Ihnen aber für dieses Abschlussreiche-Gespräch, Genosse. Travall den Kopf! Kalaschnikow, du Arschloch! Apropos Arschloch, das ist ja das Stichwort für meinen nächsten Talk-Nast. Er kommt direkt aus Ingemeises Schönheitsform. Alle kennen und lieben ihn. Er ganz besonders, die lieben Kleinen. Hier ist Mr. Michael Jacksonville! Der Neufilm von although. Wie ты so unterне, was Herr Siegel, von že Temü participants? Doetus ist ja das Stichwort. Wiehan hier ist ein Das ist hier Steak, ihr seid mein Baby, in Sonneau, der ist Jürgen Keralt. Du gehst auf dich! Ja, du gehst auf dich! Herzlich willkommen, Mr. Chixon! Ordentlich willkommen, Chango! Take place! Nehmen Sie ein Plätzchen! Nein, nein, es sind nur Ihre Lieblingsmedikamente! These are some of your lost pills! Reifst Sie nur richtig zu! Mr. Chixon! Was sagen Sie denn nun eigentlich zu den Vorwürfen mit den Kindern? Chango! How do you have the children? Ich habe keinen Kommando! Nein, kein Kommando! Aber, Mr. Chixon, Greenpeace-Leute behaupten, Ihre Körperbleichmittel wären extrem unweltschädlich. Wie steht sie dazu? What do you think about Viseriesel-Washmittels? Na gut, dann übersetzt sich mal! Ah! 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 Kein Kommando! Aber dann sagen Sie uns noch bitte einmal, warum fassen Sie sich andauernd in den Schritt? Mr. Chixon! Why do you permanent fingers around your noodle? Maybe! Backwards? Beutel-Latten? Sackarten, George! Ja, ja, Sackarten! Na, das müssen wir akzeptieren! Aber, Mr. Chixon, um noch einmal auf die Sache mit den Kindern zurückzukommen, äh! Mr. Chixon, will you come back over the children? Oh! Mr. Chixon! Was ist mit ihm? Mr. Chixon, schnell noch einmal letzte Worte! Ich bin ein Pariser! Ja, damit hätte sich das ja wohl von selbst erlegt! Aber jetzt zu meinem letzten Gast! In 80 Tagen um die Welt ist sein Motto! Und heute ist er hier bei uns! Begrüßt mit mir... Platz, Johanninlein, Graue dem Dritten! Barst! Für Gott, Brussinda, Brussinda, Brussinda! Für Gott, Brussinda, 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 Brussinda! Applaus Applaus Omi ist Opi, meine Schäbchen Samen. Applaus Herzlich willkommen, meine Lieblings-Menz. Meine Güte, habt ihr auch noch kalte Hände. Nun, wenn ihr etwas Heißes wollt, dann geht doch zu McDonalds. Applaus Aber nun mal im Ernst, aber nun mal im Ernst, eure Impotenz. Stimmen diese Gerüchte denn wirklich, dass es so viele homosexuelle Priester gibt? Nun, mein Sohn, das ist alles eine große Lüge. Und ihr weiß das so genau, wie das Erde ein Scheibe ist. Applaus Apropos Scheibe. Wieso reisen eure Exkremenzen denn in solchen luxuriösen Flugmaschinen? Ich meine, Jesus geht auch nur auf einen Esel. Wer? Na, Jesus, Gottes Sohn. Ich habe keine Kinder. Applaus Und wenn ich noch etwas sagen darf, hier am Karneval, sündiget nicht, entsaget der Fleisches Lust. Keiner soll begehren Weiber von Nacht bahn. Wo gibt's denn sowas? Redigt hier Egen den außerirdischen Verkehr. Hören Sie da auf. Stellt er Egen für ein Spiel auf, für das er gesperrt ist. Na, los doch. Seien Sie cool. Zeigen Sie sich, was sich unter Ihrem Kaftan verwirkt. Oh dear. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hear Sie. Hear Sie. Hear Sie. Gonna be all right this morning. Oh yeah. Hey. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.